YouTube hat doch einen eigenen YouTube-Kanal, oder täusche ich mich da jetzt? Ich möchte... Nein, ich befehle YouTube, bei mir zu kommentieren. Das ist der offizielle YouTube-Kanal auf YouTube. Und ich befehle, dass YouTube bei mir persönlich einen Kommentar unter dieses Video hinterlässt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich diesen Kommentar akzeptiere. Alle anderen Kommentare akzeptiere ich nicht mehr. Auszeit. Nicht kommentieren. Ich will, dass YouTube mich mit seinen Kommentaren zuspammt. Das ist einfach so. Da beißt sich die Katz in den Arsch. Das wünsche ich mir. Nur wenn YouTube kommentiert bei mir unter meinen Videos. Am besten gleich alle Videos, nicht nur unter diesem Video, was du dir gerade da anguckst. Das wünsche ich mir. Das ist ein Befehl an YouTube. Kommentiert gefälligst bei mir, liebes YouTube-Team. Es ist eine Katastrophe, dass YouTube immer noch nicht kommentiert hat. Ich halte das nicht aus, dass YouTube keinen Kommentar bei mir hinterlässt. Das ist extrem nervig. Ich habe den Faden verloren. Was wollte ich vorher sagen? Weiß ich nicht mehr. Die Midlife-Crisis knallt bei mir voll rein. Das ist einfach so. Da beißt sich die Katze in den Arsch. Braucht gar nicht so zu lachen. Ich meine es ernst. YouTube soll bei mir gefälligst kommentieren. Trotz werde ich bitterböse auf YouTube. Ja. Ich schwitze schon, weil ich so aufgeregt bin. Weil YouTube demnächst bei mir einen Kommentar hinterlässt. Ich werde ihn anspinnen. Das ist alles, was ich tun kann. Braucht gar nicht so zu lachen. Ich meine es ernst. Toternst meine ich, dass ihr... Habe ich gerade Richtung Kamera gespuckt? Ich bin über 40. Ich dachte, ein Reden spucken. Das ist einfach so. Da beißt sich die Katze in den Arsch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und danke, dass YouTube bei mir endlich einen Kommentar hinterlässt. Applaus dafür. Na wo ist denn der Applaus? Der bleibt einfach raus. Vielen Dank.